Ich war sehr froh, als der Transport mit den ersten Werken in Bern eingetroffen ist. In dem Moment wusste ich, wir können eine Ausstellung machen. Wir sind letzten Jahres als die Erben bestätigt worden. Seitdem sind die Werke restauriert worden. Bei der Vorbereitung der Werke für die Ausstellung haben wir kleine Fehler und Fehlstellen ausgebessert und generell geschaut, dass die Werke sich im Zustand nicht weiter verschlechtern. Wir zeigen die von den Nationalsozialisten beschlagnahmende Kunst aus deutschen Museen, die Hildebrandt-Gurlitz für das deutsche Regime vermarktet hat. In der Werkstatt Provenienzforschung klären wir auf, wem haben diese Bilder wann gehört und welche Bilder müssen eventuell heute an die Nachkommen zurückgegeben werden. Jetzt öffnen wir die Türen. Wir freuen uns auf viele interessierte Besucherinnen und Besucher.